Ich bin erstmal zufrieden. So lange ich das so, ist das, ist das, so, so ist das. Ach so, alles klar. Verstehe. Logisch, hätte ich mir auch gleich denken können. Das Übliche. Ja. Ich wollte gerade die Tür zu machen, schade. Ja, das war mir so klar. Frau vor der Tür, äh, Frau vor der Tür die Nase zu schlagen? Warte. Oh, wie. Frau vor der Tür die Nase zu schlagen. Wo bist du jetzt schon die... Ich komm nicht her. Wo bist du? Lauf doch nicht weit. Wo bist du jetzt? Im grünen Haus. Ach da. Gott. Ich laufe lieber weg, bevor du mir die Nase zu schlägst. Ja. Mit der Tür. Mit der Frau. Die Tür mit der Frau die Nase zu schlägst. Ach ja, mit der Tür, genau. Oh, Mann, no. Ja, mit der Frau die Tür zu. Mit der Frau die Tür zu? Warte. Die sollten sein lassen. Ich geh gegenüber ein Rot. Oh, Weyer. Grün ins Rot. Grün ins Rot. Oh. Ich kann... Ich kann endlich mal meine Hose reparieren. Wo ist sie denn? Ach so, das geht ja sowieso einfach, ne? Patchwood? War das nicht irgendwie so? Hier liegt so viel Essen, was ist ändert. Wo sind die kleinen Schuppen? Ja, warum nicht? Da hinten auch noch mal reingehen, oder warst du da schon da? Ne. Ne, das ist übrigens diese Schuppen sind denn die Schuppen, wo man auch diese Huntington-Defix findet. Oh, lol. Weißt du doch nicht? Doch, weiß ich. Und wie ich das weiß. Wo bist du jetzt? Oh. Was? Ja, schon gut. Und du sagst ja und bist da gar nicht mehr drin. Du bist ja schon weitergelaufen, du Glaube. Ja, na, da war doch Rot daneben. Du bist Rot. Ja. Bist... Och, nee. Das war deine Fragestellung. Du bist Rot. Und ich hab gesagt ja. Das weißt du nämlich gar nicht. Du musst das mal gucken bekommen. Gut gelogen hast du trotzdem. Ja, deswegen bin ich auch Rot. Oh Gott. Oh, Mann, oh. Oh, nee, da waren wir schon. Oh, 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 oh. Ich hab was Schönes gefunden. Na, Moosin. Der Finch heißt der Mumpel. Nein. Hier. Giff mich. Wo bist du überhaupt? Sag ich dir nicht, ich laufe jetzt weg. Du versteck die. Ich finde dich. Ich mach jetzt hier meine Hex an und dann, ne? Uh, Cola. Kuckuck. Kuckuck. Äh, wo ist Kuckuck hin? I need Moony. Ach, da ist Kuckuck. Er läuft wirklich weg. Mann, oh. Ich sperre ihn jetzt erst mal ein. Die artgerechte Haltung eines Hinkies. Huch, wo ist er denn? Der, der Hinkie ist weg. Nein. Er ist bestimmt aus dem Fenster gesprungen. Dann kann ich endlich die andere hier wegwerfen, die trumpert. oder wirst du dir dann haben erst mal die schießt wenigstens im gegensatz zu deiner nicht was soll ich denn mit der luftpumpe ich bin dann lieber meine magnum ach jetzt ist eine luftpumpe ja schon klar dann habe ich gesehen wie die schießt ich bin einsatzbereit also wegen mir können wir jetzt dann lass die luftpumpe doch liegen dann suchen wir die munition das ist irgendwie krank aus das ist extra so gemacht wenn ihr eine land vollautomatische bremse heavy duty eindeutig abmarsch zum erfährt soll ich mir noch was ich sage die karte aufmachen wegen hochstände und scope und so hier oben weiß ich gar nicht wo die sind ich kenne so meine standardroute über guacca und so normalerweise müssten wir auch lang laufen ehrlich gesagt wir müssten echt über das erfährt und dann guacca da sind zehntausende von diesen hochständen bis wir da unten sind dann ist schon wieder weihnachten so gucken wir doch mal da sind ja auch viele ach du scheiße trotzdem hier auf der route ist gar keiner machen wir denn nun doch mal an wie schnell wären wir denn da wenn wir jetzt von hier aus runter brechen würden krass nur darf damit im ersten aber das ist soweit das ist definitiv zu weit dann laufen wir weiter auf gut glück dann schiebe ich mir die karte mal rüber und guck mal ob wir unterwegs wenigstens ein mitnehmen können da man am häuschen der witz kassel sind ja noch zwei oder darunter gehen 34 müssen wir hoffen ansonsten müssen wir so aus das ist richtig das hast du gut erkannt mein junger paderwan mein junger paderwan der paviante dann von mir aus kann es auch ein pavion sein wenn es dir dann hilft ich sag dazu gar nichts ich bin hinter eingang deswegen habe ich gesagt ich sage jetzt lieber nichts ich habe gesagt du nimmst vor eingang ich hinter eingang das kann man wieder falsch interpretieren ja das ist wieder dass man hier fertig laufen aber nee warte mal wir gehen unten hauptstraße da sind wir nicht dann ein paar häuser wegen musik und so müssen ja eine musik finden ich bin ein bisschen abseits des weges aber wir treffen uns hauptstraße unter der brücke unter der brücke okay wir treffen uns unter der brücke ich bin unter der brücke gar nicht du bist da hinter du lügner auch jetzt hast du mich erwischt jetzt kriege ich glatt weg rote haare keine ahnung ich wollte gerade sagen rotes gesicht aber ja ich eigentlich auch aber ich bin wie wir machen hier die beiden häuser rein und dann aber raus aus der stadt ich bin nicht weiter rein da wo sie meine freien zählen wo es so scheiße ja jetzt fängt gleich wieder an zurück und bei mir auch übrigens habe ich vorhin gesehen eugen hat den neuen renderer via foto schon gezeigt mach mal ich glaube ich mach die andere seite ok und der neue renderer ich weiß nicht was für ein rechner er hat um diese frame zahlen zu erreichen aber wenn das kommt nur denn halleluja dann sind wir vor allem der auf dem bild war eine status anzeige unten rechts weißt du so in form von einem kreuz für die gesundheit messer und gabel für hunger trinken symbol und so weiter ich glaube das werden sie demnächst auch noch einfügen in verbindung mit der neuen ui gefällt mir auf jeden fall richtig gut so armer style halt da würde ich mich freuen drüber obwohl ich sagen muss mittlerweile geht es hier schon wieder durch die neue im paar frames mehr aber ohne die ui glaube ich welche zum arsch als darf man nicht nicht dann halt am pro wohl arsch ist mittlerweile glaube ich ein gängiges wort das ist glaube ich kein schimpfwort mehr ist nichts oder gar nichts doch nicht mal ich habe noch gar nicht gefunden bis jetzt doch hier ist ein dosenkram ist das das ist auch nichts ob man mitnehmen müsste ist die aus der puste die lady alter schwerer ist mir mal so aufgefallen ich wollte ja auch schon längst eine haben aber wenn ich mit dir zocken will das immer ganz schön schwer sowas zu finden das kommt mir bekannt vor wenn ich alleine spiele habe ich grundsätzlich eine auf dem rücken aber manchmal keine munition oder ich habe munition aber keine moden oder ich habe beides aber dann bist du ja richtig komisch sag ich ja übrigens ich bin vorderseite ich komme dir schon langsam entgegen in der häuser rein hauptstraße halt du hast ja bei dir auch nicht viel zu loosen gehabt ne richtig ja hallo hallo moin mal kurz hier drüben rein aber dann wir können höchstens noch mal was machen hingehen mir fällt gerade ein wir können mal kurz querfalt 1 zur polizei mal hoch gehen ja vielleicht finden wir ja eine einsatzfähige mp5 oder sowas ja die findest ja auch wie sandarmee die teile hier naja mittlerweile nicht mehr seit sie die cz eingeführt haben und das ist auch so eine knifte die irgendwie nichts wirklich kann gefunden habe ich die eigentlich immer aber mach die auch immer nicht mehr mag man sowas nicht spielen ja das ist immer noch besser als die 22 die du hast das ist richtig wir haben es vom jaco so lass ihn doch wir sind deine polizei ok naja vor allem das schön ist die bleiben ja auch stehen man kann es ja wirklich abhängen ich glaube ich werden wir das nicht schaffen ich trodde mal ein bisschen langsamer und schieße ihn dir nach wird der winchester auf der entferne ich atme viel zu doll dann lass das war letztes mal mein fehler auf dem airfield ich glaube hätte ich ein bisschen noch durchgeatmet dann hätte der schuss wohl gesessen eine glock ja das wäre noch eine idee die z liegt hier auch schon mensch mensch habe ich hier zum glück noch nicht gesehen was hat was menschen habe ich hier zum glück noch nicht gesehen und die zeit habe ich schon guck mal nach einer glock wenn du eine findest ist das hier hier und nicht übrigens noch ein kugelsicheres dingens hier und drei raume rechts beim ausgang ach da ist die mp5 okay ist die frage nehme ich die mit hin oder willst du die wirklich nicht die munition dafür finden oder hast du welche ne die munition dafür oh 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 warte mal was haben wir denn hier das cr 75 und das ist die glock yeah okay ich muss mich dran gewöhnen das ist doch wie denn da rein oder wird auch nicht block 19 magazin liegt hier oben ja ja also ich sag mal so hoch mit ländgranate habe ich das jetzt eingesammelt habe ich das jetzt eingesammelt habe ich das jetzt eingesammelt also nicht bestimmen wird dann nicht mehr auf dem tisch liegt ja ja naja eine recht mehr definitiv ja ich sag ja bloß okay so wegstecken wo bist du jetzt hier da draußen ne hier drinnen liegt ja noch die weste ne hier drinnen liegt ja noch die weste ne hier vorne links um ecke ne hier northe wo gestern bin ich du bist blind nein ich wollte sie eigentlich werfen aber sie ist mir außer Hand gefallen boah hat mich erschrocken oder bist du geklörter oder was er hätte ja sein könnte eine gewinn kommt oder was von hinten mach das nie wieder du ja du diese wegsiege ach komm schon das war ein ewig fähre ist dann langweilig macht ein fix und fertig nein den knallwerk dass mehr ist ist das bin